Diese Menschen lassen immer alles liegen. Wenn ich hier nicht für Ordnung sorge, macht's doch keiner. Es ist immer dasselbe. Ein kleines Gartenhäuschen mitten in Wales. Es gehört einem englischen Rentner. Und der wundert sich jeden Morgen, dass verschiedene Gegenstände auf seiner Werkbank bewegt worden sind. Also installiert er eine Überwachungskamera. Und was die filmt, könnte auch aus einem Disney-Film stammeln. Eine kleine Maus mit offenbar viel Sinn für Ordnung schleicht sich jede Nacht in den Schuppen und räumt auf. Nach und nach bewegt sie die Überreste kleinerer Projekte in eine Kiste. Wäscheklammern, kleine Schalen, Korken, alles wird fein säuberlich verstaut. Frei nach dem Motto, Ordnung ist das halbe Leben. Zwei Monate macht die Maus das jetzt schon. Und wenn es nach dem Rentner geht, ist kein Ende abzusehen. Denn für ihn steht fest, diese Maus wird nicht verjagt. Und der Mann räumt im Schuppen auch nicht mehr auf. Dafür hat er jetzt einen kleinen Helfer.